wow hallo und herzlich willkommen hier auf meinem kanal pgloch oder koin richtig wenn es wir spielen mal wieder dino scape dino scape glaube ich heißt es ich habe schon lange nicht mehr gespielt maus und tastatur jetzt baby wir versuchen auch schön auf strecke zu kommen kein problem ja wenn ihr bocker belassen aber das kommentar unteraktiviert die glocke ist natürlich ein handy game kann es natürlich auch über steam glaubt sogar kostenlos auf dem pc spielen lange rede kurzer sinn los geht's ich und ich und ja ich und ich und tastatur maus baby ich spiele ab sonst akade weil online ging nicht okay wenn es online ging nicht ich spiele akade jumpen okay ich bin jetzt gerade tot ein rekord waren 404 meter sowie was euer rekord ich glaube viel weiter oder wenn sie ja gerne mal in die kommentare schreiben ja ich bin wenn ich ruhig werde bin ich konzentriert bei dem muss ich mich konzentrieren weil ich so wenn du controller spielst nicht steuere muss gerade nur mit der linken hand laufen und springen gegebenenfalls auch rückwärts das ist sehr kompliziert ja hallo wenn du kontroll hast dass du alles in deinen händen also alles in deinen händen und da kannst du besser arbeiten hier scheiße war nix sah gut aus muss aber nicht sein ja ich muss zurück nein gibt leute die können mit zwei fingern spielen oder scheiße mein gott was mache ich hier kommt zurück rette mich nein falsche richtung nein lässt was soll ich sagen was soll ich sagen ich lasse auch die die schönen tausende zwischendrin ich hatte ja schon mal gefragt ihr habt nichts gesagt also bleibt das drinnen und wir machen jetzt auf jeden fall weiter ja muss überlegen was tue ich hier was mache ich hier würfel ist immer gut das tier nicht luftballons waren die gut ja doch ja nein nein ich schwöre die luftballons war noch mal besser oder ja ich habe ich habe schon lange nicht mehr gespielt das gehen schon wieder wochen drauf aber wie gesagt nur mit der linken hand zu spielen ist ein bisschen heftig für mich kann ich einfach nicht weil ich musste jetzt wie die ich kann das nicht respekt an jeden von euch der das kann wie komme ich eigentlich zu dem ei hin ok benutzen wir die mal was passiert kann höher springen weiter fliegen und die sind schon weg weil ich etwas neues habe danke wo war das gut oder schlecht das hatte dappelsprung ja genau und er ist natürlich nicht lang dabei aber der ist gut oder schon weg ich habe es erst gar nicht gesehen aber ist schon weg ja kein problem er hat so spiele machen am zu auch spaß ja natürlich sowie high climper kennt ihr das high climper moment den autos fahren muss auch so auf strecke auch für pc nicht das für den pc eigentlich auch für den fürs handy oder für tablet das war auch immer geil da konnte verschiedene autos fahren das war dumm von mir und das hat echt fang gemacht weil danach nach die autos freischalten konntest du tunen konntest und das hat echt fang gemacht da gibt es auch einen zweiten teil habe ich gesehen den habe ich noch nie gespielt glaube ich oder habe ich mal angezockt da kann man wirklich online spielen als falls ihr wisst schreibt die kommentare das ist so risk okay wir nehmen es auch mal ganz schnell nach vorne weil das ist einfach bist du kannst damit meter machen aber genauso gut gleich sterben du kannst nur nach vorne die platz der ihr kennt das ja und wenn du glück hast landest du richtig ah ja wenn man glück hatte ja eben nicht wenn ich ruhig werde bin ich konzentriert das hat nicht viel zu sagen bei mir wie gesagt mit der einen hand ich kann mit der einen hand nicht spiel das ist einfach so das will mein körper nicht weil machst du eigentlich nur immer also wenn du controller spielt hast ja nur zwei finger die hauptsächlich benutzt und das ist einfach der zeigefinger und der daumen und jetzt mache ich mir die zeigefinger vorwärts bewegung mit dem mittelfinger springe ich und versuche dann mit dem ring finger ich weiß nicht wer sonst heißt zurück zu laufen was der fall schon oder kann man gleiten mit jana ist so ähnlich wie eigentlich so ähnlich wie die luftballons hat ich noch nie ist das neu finde ich aber oh mein gott gut ein falsch böse und böse oh yes da war ich vorhin auch auf der anderen karte kein problem neue gegend jetzt baby wie viele meter habe ich nur 114 meter fühlt sich an wie 600 was meint ihr schreibt in kommentare was euer lieblings game könnt ihr meine kommentare schreiben er hat mich sehr interessieren was ist euer lieblings konsola was zockt ihr am liebsten konsole bot pc gameboy ergänzt gibt es ja nicht mehr gewiss ich meine steam weg was haltet ihr von den neuen asus rock street deck was jetzt rauskommt der pc oder eben was haltet ihr von logitech von dem von dem amann ich habe gestern das ganze heißt heißt das war mein fehler das wusste ich das habe ich provoziert aber schon hat ruhig man die kommentare ihr wisst ja da jede kommentar jeder like selbst jeder dislike ist gut für den algorithmus und er tut mich dann automatisch anderen leuten weiterempfehlen ihr könnt mich natürlich auch weiterempfehlen wenn nämlich irgend unterhaltsam lustig oder oder findet natürlich kein pro gamer aber ich gehe mir gerne und ich zeige euch gerne was ich gerne und versuche euch zum lachen zu bringen ihr könnt auch lachen wenn ich einfach scheiße bin das ist auch geil wenn wenn ihr meinte aber der ist lustig weil der ist schlecht guckt meine videos like meine videos lacht ruhig über mich dafür bin ich da damit ihr einen guten tag habt doch fuck ehrlich ja jetzt und scheiße und so einen scheiß das läuft ja ich habe da oben gedrückt ich habe die falltaste oben gedrückt ich hatte nein ich bin alt aber das war ein kurzer sprung habe ich gemerkt aber ja ich behaupte ich habe die falltaste genau oben gedrückt kann ich die maustaste im moment die maus an sich gar nichts ne gut ein nokia guckt mal das hat überlebt alles selbst ein atom an schrift übertrieben haha das waren kacke lachen die das überleben sehr schön nein ich bin gerade echt konzentriert das ging eben noch besser ja das stimmt hallo da kriege ich dir ist also die nehmen doch mal mit jener ich habe wieder ich komme wieder in richtung nein das war nicht ich hätte den absatz geschafft nein da ist das scheiße bin ich scheiße in game wie gesagt ich muss mit der linken hand arbeiten und das funktioniert nicht da kann mein kopf nicht da ist mein kopf nicht mehr richtig gepolt für ist natürlich geil wenn ihr das könnt dass es ist wenn die jünger seid echt stark aber es passt schon eine sorge nur so 89 minuten dann dann seid ihr befreit dann ist das wie dachte da kommt mir was entgegen macht nichts ich versuche es noch ein paar mal ich habe die nicht berührt starten am selben punkt ja ein bisschen veränderte landschaft erst jumpen dann nach vorne nicht nach vorne und versuchen versuchen im fall zu jumpen nein das klappt nicht okay komm du bist du fahren jetzt 50 das golden habe ich noch nie gesehen okay okay jetzt platz sie ja was soll ich euch sagen das war ein kurzes knackiges dino skate video ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja dass man aber da schaut bis in kommentare wird die glocke like das video entfällt nicht weiter ich bin hier mit raus habe klug oder können wie kommt das